Wie gesundheitsfördernd ist das Barfußlaufen? Diese Frage haben wir uns diese Woche gestellt in der Barfußschule. Ich bin Pelle, ich bin Mitgründer der Barfußschule. Das Problem ist, ich glaube nicht an Gesundheit und Krankheit, also schon, dass es sowas gibt, aber diese Einteilung ist mir zu einfach in links oder rechts und ist Gesundheit jetzt nur die Abwesenheit von Krankheit oder vielleicht doch was anderes, es ist am Ende nur ein Begriff. Ich glaube viel eher an Balance, ob Dinge in Balance sind. Und das Barfußlaufen ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, mich zu spüren. Ja, tatsächlich mich zu spüren. Wenn ich hier auf einen spitzen Stein trete, dann spüre ich ja nicht den Stein, sondern ich spüre mich, meine Nervenenden an meinem Fuß und das gibt mir die Möglichkeit zu überlegen, wie reagiere ich auf Situationen. Das Barfußsein ermöglicht mir zu schauen, wie reagiere ich im Kopf, was sind meine Gedanken, wie reagiere ich im Herz, was fühle ich dabei und wie reagiere ich im Körper, bin ich verspannt, habe ich Schmerzen. Und deshalb finde ich, ist das Barfußlaufen eine gute Möglichkeit zu üben, wie reagiere ich auf Situationen und auf Dinge. Und das ist wichtig auch im Leben, wie reagiere ich auf meine Beziehungen, wie reagiere ich auf Situationen, die mir im Leben geschehen. Und weniger schauen, sind die gesund oder nicht, sondern bringen sie mich aus der Balance oder bringen sie mich in Balance. Das ist für mich eine wichtige Frage und da hilft mir das Barfußlaufen für. Wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch war, wünsche ich mir, dass ihr uns gerne folgen könnt, der Barfußschule. Und wir sehen uns nächste Woche mit dem nächsten Thema. Untertitelung des ZDF für funk, 2017